Guten Tag meine Damen und Herren, es ist mir eine Freude, Ihnen etwas zu berichten, was mit Wächter und Hollart, speziell mit Ron Bohl und der Firma Bohl, einen großen Zusammenhang hat. Viele Jahre zurück lernte ich Ron Bohl kennen und ich fand jemanden, der seine ganze Passion und sein Leben mit dem Klavier verbracht hat. Und dieser Mann hat es über die letzten Jahrzehnte geschafft, ein Unternehmen aufzubauen, was in Hollart einzigartig ist. Bohl, Biales, Ron Bohl, Biales und Flügel, das ist eine große Sensation, denn es ist das gesamte Programm, was man sich unter Klavier und Flügel vorstellen kann. Vom günstigen Einsteigerpiano, von einem Instrument, wo man sagen kann, zum Lernen genug, bis zum Konzertinstrument, wo auch der größte Pianist auf dem besten Podium zufrieden sein wird. Bechstein und Bohl haben eine echte Verbindung. Bohl ist heute unser Generalvertreter für unsere Produkte und für die Niederlande. Und wir haben damit niemanden gefunden, der nicht nur die Präsenz unserer Instrumente in bester Form aufzeigt, sondern zugleich dafür sorgt, dass diese Instrumente auch in qualifizierterem Maße betreut werden, und das über Jahrzehnte. Wenn Sie also eine gute Auswahl haben wollen für exzellente Instrumente in Hollart, dann einzige Empfehlung, die wir geben können, gehen Sie zur Firma Bohl, machen Sie einen Termin mit Ron Bohl und Sie werden geglückt und zufrieden sein und Sie finden damit das Klavier unter dem Flügel, den Partner für Ihr Leben.